Ultracurta B zeichnet sich durch eine sehr hohe Detailwiedergabe aus, insbesondere auch bei Schablonen mit einem Schichtaufbau von mehr als 200 Mikron. Ultracurta B hat eine sehr kurze Belichtungszeit und lässt sich sehr leicht entwickeln. Dies hat die Betriebskosten in der Schablonenherstellung unserer Kunden deutlich reduziert. Ultracurta B wird hauptsächlich im High-Density-Segment eingesetzt. Unsere Kunden drucken damit Prägeeffekte bei der Veredelung von Offset-Drucken und 3D-Effekte im Textildruck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017